Musik In Höhenhardt ist man froh für den in den wohlverdienten Ruhestand getretenen Gemeindearzt, mit Lisa Rotter-Pellech einen Ersatz gefunden zu haben. In der Praxis werden auch Corona-Schnelltests durchgeführt. Bei der ÖVP im Bezirk Ried warten bereits 8.000 Ostereier auf ihren Einsatz, die Eier eines Betriebs in Patikamm werden bald verteilt. Ostern ist in Scherding nicht nur eine Jahreszeit, sondern ein Lebensgefühl, so der Bürgermeister. Der erste Blumenschmuck am Stadtplatz und handbemalte Scherdinger Ostereier warten auf Besucher. Der Liederansatz nutzt das Engagement und die Ideen der Menschen, das Lebensumfeld positiv mitzugestalten, das betonten Landesrat Max Hegelsberger und die Sprecherin der Liederregion Susanne Kreinecker. Die Firma Ganta Shoes hat als Hommage an die Stadt Scherding gemeinsam mit der Stadt den Scherding-Schuh designt. Der soll mit dem neuen Scherding-Logo auf Reisen gehen. Bei den Riederkickern freut man sich, in der Josco Arena alle drei Heimspiele der U21-Qualifikation austragen zu dürfen. Gespielt wird gegen Estland, Aserbaidschan und Kroatien. Reifeisen bleibt bis 2024 Premium-Partner der Fussballakademie des SV Guntamati Gried.